Der Aufsatz vom Stoffelcher Es Stoffelcher saß auf seinem Stol am Tisch bei seiner Sache. Ein Aufsatz dauer für die Scholl auf den Frühling machen. He schrieb, die Schinstjureszeit ist jetzt gekommen und draußen blühen weit und breit die Gänse und Botteblume. Der Schnee ist fort, es ist nämlich kalt, man kann auch nämlich leifen. Und daher dauern die viele im Wald so lustig singen und peifen. Und an der Aufsatz, ganz zuletzt, da schrieb der kleine Stoffel, die Hinkel leihen auch hier jetzt, die Bauschleut Kartoffel.